Du bist nicht allein, irgendwo ist auch für dich eine Stelle. Die Kinder und Jugendliche mit dem Förderbedarf in der emotionalen und sozialen Entwicklung haben besonders in zwei Bedürfnisbereichen einen Mangel erfahren. Emotionale Bedürfnisse wie zum Beispiel Sicherheit, Wertschätzung, Liebe oder Aufmerksamkeit und soziale Bedürfnisse wie Anerkennung, Zugehörigkeit oder Teil einer Familie sein wurden in ihrem bisherigen Leben nicht in ausreichendem Maß gestillt. Die nachhaltige Wirkung ungünstiger Entwicklungsprozesse auf die Befindlichkeiten mancher Schülerinnen und Schüler beeinflusst auch ihr Verhalten im Schulalltag. Um sich selbst und alle Beteiligten darauf einzustellen und die Grundlage für einen inklusiven Alltag schaffen zu können, bedarf es vor allem einer bestimmten Haltung in der Begegnung mit den Kindern und Jugendlichen und ihrem Verhalten. Alle Pädagogen, die sich als professionell erziehende Personen verstehen, werden den Begriff der Wertschätzung als ein Grundfest ihrer Tätigkeit anführen. Die Grundlage menschlichen Zusammenlebens ist eine zweifache und doch eine einzige. Der Wunsch jedes Menschen, von anderen als bestätigt zu werden, was er ist oder sogar als das, was er werden kann. Und die angeborene Fähigkeit des Menschen, seine Mitmenschen in dieser Weise zu bestätigen. Jeder Mensch ist aufgrund seines Menschseins zu achten und jeder hat ein Anrecht auf eine entsprechende menschliche Behandlung ohne jegliche Art der Demütigung oder Erniedrigung. Dieses allgemein anerkannte Verständnis von Wertschätzung reicht jedoch nicht aus, um die umfassende Bedeutung zu begreifen, durch die sich eine Atmosphäre der bedingungslosen Wertschätzung auszeichnet. Sein Gegenüber wertzuschätzen bedeutet nicht nur, ihm rücksichtsvoll im Umgang zu begegnen, sondern ihm beispielsweise auch nach einem Tag groben Fehlverhaltens mit Handschlag zu verabschieden. Es soll wirklich ernst genommen werden mit all seinen Bedürfnissen. Das bedeutet nicht, dass sie sein Verhalten, das aus diesen Bedürfnissen resultiert, akzeptieren. Aber sie respektieren zum Beispiel den Wunsch des Schülers oder der Schülerin nach Orientierung, das Suchen und Einfordern von Grenzen und das Bedürfnis nach Anerkennung als Mensch auf Augenhöhe. Geschätzt zu werden für ihr Dasein an sich ist für Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen keine Selbstverständlichkeit. Oft haben sie von klein auf Gültigkeit oder Ablehnung zu spüren bekommen oder mussten stets um ihren Platz in der Hierarchie ihrer unmittelbaren Umgebung kämpfen. Und dabei geht es nicht nur um die als verwahrlost oder sozial schwach eingestuften Kinder und Jugendlichen. Den Wert, den ein Mensch sich selbst zuschreibt, entwickelt er in der Auseinandersetzung mit anderen Menschen. Tragfähige Beziehungen, in denen unerwünschtes Verhalten oder unbefriedigende Leistungen nicht zum Abbruch der Beziehung führt, sind wesentlicher Bestandteil einer stabil-positiven Entwicklung. Dabei ist zu bemerken, dass der Wert einer Person, den sie sich selbst zuschreibt, nicht selbstverständlich umso größer ist, je gefestigter Ansehen und Status der Herkunftsfamilie sind. Auch aus einem Umfeld, das allgemein als gut situiert bezeichnet wird, können Kinder in die Schule kommen, deren Selbstwert sehr gering ausgeprägt ist und die besonderen Bedürfnisse nach Achtung und Anerkennung in sich tragen. Für eine Atmosphäre, in der ein gelingendes Arbeiten im Verständnis von inklusiver Beschulung möglich werden soll, bildet eine wertschätzende Haltung die Grundlage. Dabei ist Wertschätzung in einem umfassenden Verständnis gemeint, also jedem gegenüber und zu jedem Zeitpunkt.